Ja, wir haben in der Vergangenheit über billige Karten geredet, jetzt tun wir genau das Gegenteil, denn wir reden über die teuren Karten. Ja, wir haben jetzt ja die Rarity Collection im letzten Jahr bekommen und alle haben sich natürlich gefreut. Ey Leute, die Preise gehen runter, denn wenn man sich nochmal die Rarity Collection anguckt, ja hier gibt es einfach jede Karte, die man möchte und vor allen Dingen eben auch in jeder Rarität, die man möchte. Man kann natürlich hier einen Quarter Sentry haben, aber natürlich auch, und das ist natürlich das Besondere, auch in Super Rare und in Super Rare sind das Besondere, das Ganze ist nicht so teuer. Bedeutet also, wir können hier wirklich diverse Staples einfach eben quasi fast umsonst bekommen und das war schon sehr nice. Also wir haben ja einfach Whaler, Ash, das waren Karten, die dann so 10 Euro mal gingen und jetzt gehen die halt eben nichts mehr. Dann haben wir Bell, Nibiru Shifter, wir haben auch ein paar Dangers, wir haben natürlich dann auch hier Savage Strength, Baronen, auch sehr gute Karte natürlich und dann aber auch natürlich andere Karten, wie wir hier sehen. Ne, wir haben Hitsool, wir haben Überläufer, wir haben Dark Ruler, wir haben die Töpfe, was auch sehr nice ist, wir haben Droplet, wir haben Tactics, Leute, ne, ich glaube, wir haben das ganze Thema schon gehabt und dementsprechend wollen wir darauf gar nicht so groß eingehen. Also die Rarity Collection war sehr gut, hat sehr geholfen, die Preise eben runterzumachen. Aber dann gab es ja noch ein anderes Set und das war Age of Overlord. Gab es ein bisschen früher als Rarity Collection und hier muss man sagen, die Preise haben sich erschreckend verändert, denn als das Ganze rauskam, waren die Preise, naja, okay, billig waren sie eigentlich noch nie, sind wir mal ehrlich, aber dennoch sind sie immer weiter gestiegen und jetzt haben wir auf jeden Fall einen Hochpeak und da wollen wir eben mal drüber reden und vor allen Dingen, ob das auch so in Zukunft sein wird. Zunächst einmal, bevor wir hier überhaupt auf die Preise eingehen, muss man bedenken, dass natürlich gerade die Produkte zum Ende des Jahres halt eh eine große Gefahr haben, Preise sehr hoch haben zu lassen. Denn man muss bedenken, diese Produkte sind rausgekommen und der Reprint dieser Karten wird erst höchstwahrscheinlich bei den Tinboxen sein. Das bedeutet, also wir haben jetzt hier sechs Monate, so ein Plus, Minus, ne, sechs Monate, wo die Karte kein Reprint bekommt. Es kann natürlich sein, dass in einem oder anderen Set mal ein Reprint kommt von der einen oder anderen Karte, so wie Droplet oder so, aber generell kommen die Karten halt erst in sechs, sieben, acht Monaten raus als Reprint. Bedeutet also, wenn du diese Karte spielen willst, dann musst du die jetzt holen, musst du sie jetzt haben. Und dementsprechend natürlich, wenn es sehr starke Sets sind, wie Age of Overlord, was ein sehr starkes Set ist, dann ist es leider auch so, dass eben die Karten halt wirklich steigen, steigen und steigen und steigen. Je mehr Decks darauf zurückgreifen können, desto stärker, desto teurer werden natürlich auch die Karten. Und wir fangen natürlich an mit einer Karte, die, ja, jeder weiß, dass sie krass ist, dass sie gut ist. Und zwar natürlich SP Little Knight, wie so eine kleine Ritterin. Und diese Karte gibt es auch eben in Quarter Century Secret Rare und eben auch natürlich in Secret Rare und ist eine extrem teure Karte. Jedoch muss ich einmal anmerken, dass ich es sehr überraschend finde, dass sie nur, in Anführungszeichen, so um die 500, 600 Euro gehen. Denn wenn wir mal bedenken, das ist eine der, der Karten überhaupt von 2023, die beste Karte überhaupt. Und wird noch lange, 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 lange Impact haben. Die wird noch lange, lange, lange Impact haben. Den Schrägen ist die Karte halt ultra krass. Und wenn wir uns zum Beispiel Apple Looser angucken, die dann doch ihre 1000 Euro geht, also, ja, 1000 Euro hier, je nachdem Zustand. Also, man kann da schon ein bisschen mehr als 1000 Euro hinlegen. Und dann ist SP Little Knight nur bei 500, 600 Euro. Ist interessant. Wird aus meiner Sicht auch noch eine 1000 Euro Starlight Rare. Also, ist ja keine Starlight Rare, aber ihr wisst, was ich meine. Von daher, ja, Apple Looser ist natürlich ein bisschen seltener gewesen. Ähm, und natürlich von Artwork, na, noch ein bisschen stärker, würde ich sagen. Aber wir gehen natürlich auf den Preis ein, natürlich von eben SP Little Knight. Und hier sehen wir ja schon, sie geht, äh, 105, 110 Euro. Also, 110 Euro kann man schon sagen. Und jetzt sieht man noch die Preisentwicklung. Äh, sie ist sehr steigend. Äh, ja, die Karte ist extrem teuer. Und da muss ich leider auch eins sagen. An dieser Karte führt auch nichts vorbei. Wir kommen leider noch zu anderen Karten. Und da muss man sagen, man kann es vielleicht etwas umgehen. Aber hier ist einfach eine Karte, die kann man nicht umgehen. Denn SP Little Knight ist einzigartig mit ihren Effekt und ist generisch. Und generisch bedeutet also, dass jedes Deck sie spielen kann und auch sollte. Ähm, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, irgendwie zwei Monster aufs Feld zu bekommen. Und das kann eigentlich jedes Deck. Und dementsprechend, ja, diese Karte ist ein Muss. Und das ist halt ein Problem. Denn diese Karte geht einfach über 100 Euro und würde auch noch weiter über 100 Euro gehen. Wenn sie nicht sogar noch höher geht und vielleicht irgendwann bei ihren 150 ist. Aber man muss bedenken, jetzt gerade ist die Turnierszene relativ low. So, es beginnen jetzt die Regionals und so. Aber wir haben keine YCS. Wir haben keine National Season. Diese Karte wird noch weiter explodieren. Also wenn ihr denkt, die Karte ist teuer, sie wird noch teurer werden. Und ja, warum sollte man sie spielen? Wie gesagt, sie ist unglaublich spielstark. Der einzige Vorteil, den man wirklich erwähnen kann, ist, diese Karte kann man auf eins spielen. Also man muss sie nicht auf drei spielen. Das ist safe. Man kann in einer anderen Deck sie auf jeden Fall auf zwei spielen, weil man sie dann eben für Scrant Game haben möchte. Also vielleicht sollte man sie zweimal kaufen. Aber generell eine ist schon mal ein guter Start. Man muss sie aber nicht dreimal spielen. Bedeutet, also wir müssen jetzt nicht hier 330 Euro ausgeben, sondern maximal nur 220. Ist ja auch noch ein Schnabber, ne? Man sieht hier auf jeden Fall, ist sie eine sehr teure Karte und die muss man halt einfach spielen. Man kann also sagen generell, aufgrund der Rarity Collection und allgemeiner ganzen Reprints, sind die Metadecks sehr günstig geworden. Ja, und da musst du halt 200 Euro reinklatschen, um zwei Karten reinzupacken. Wir sind jetzt wieder in dieser Spirale, die wir schon mal hatten vor, ich weiß gar nicht genau, 5, 6 Jahren, wo es so war, dass die Main Decks generell, also die Decks selber, ne? Die Themen Decks sehr günstig als solches waren und dann eben das Extra Deck extrem viel gefressen hat. Also wir hatten so ein Main Deck ohne generische Karten, ohne Hand Traps, hatten wir halt eben so 100 Euro, ja, ganzes Deck fertig. Und dann kam halt Extra Deck, allein schon 400 oder 500 Euro und dann noch Staples wie halt Hand Traps, dann waren wir da auch nochmal bei 300, 400 Euro. Und dann hatten wir doch ein teures Deck, aber das Deck selber, also wie gesagt, das Themen Deck war noch relativ günstig. Jetzt gerade, bewegen wir uns wieder in die Richtung, wir merken einfach eben, dass hier eben wirklich Karten hochgehen und SP Little Knight halt auch im Extra Deck, aber auch Karten wie Axis Code Talk oder ähnliches, werden gerade immer teurer. Und von dementsprechend, ah, Extra Deck wird vielleicht in Zukunft wieder in Gefahr. Macht natürlich Sinn, wenn es generische Karten sind. Wie gesagt, themeneigene Karten sind natürlich auch nicht immer billig, das ist außer Frage, aber es geht einfach darum, dass die Karte halt eben weiter teurer werden wird. So, also diese Karte ist ein Problem, macht Decks grundsätzlich teurer. Selbst wenn du ein 50 Euro Decks hast, ganz ehrlich, SP Little Knight würde das Deck verbessern, da bin ich mir sicher. Und dann sind wir bald statt einem 50 Euro Deck eben bei einfach mal eben schnell 150 Deck, beziehungsweise 160, 70 Deck. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber it is what it is. Da kommen wir weiter mit gesucht, beziehungsweise allgemein eben mit der kompletten Engine, Sinfoy Spoils, beziehungsweise eben natürlich die Black Witch und hier sehen wir schon natürlich 100 Euro Karte. Es ist eine 100 Euro, eine 100 Secret Rare Karte und wir sehen auch hier die Preisentwicklung. Wir hatten wieder von 76 zu eben 100. Man muss auch hier sagen, wir haben, wie gesagt, immer noch keine aktive Turnierszene außer Regionals. Bedeutet also, die Karte kann noch teurer werden als sie jetzt ist. Wir sehen hier gerade noch 94, wahrscheinlich wenn das Video rauskommt, ist das auch schon wieder weg. Ähm, ja, also wir sehen, die Karte steigt und steigt und steigt und warum, fragen sich natürlich alle. Naja, es liegt einfach daran, dass jetzt gerade diese Engine perfekt ist, also wirklich perfekt ist, denn natürlich für eben Feuerdecks. Und man muss sagen, dass wir sehr viele gute Feuerkarten bekommen oder beziehungsweise Pyrokarten auch bekommen. Bedeutet also, wir haben hier viele Decks, die diese Engine spielen können. Und auch hier, der Reprint dieser Karte wird auf sich warten lassen. Bedeutet auch hier, ja, je mehr Feuer- und Pyrodecks jetzt noch kommen, die gut sind, desto eher wird diese Karte steigen, weil die Karte eben keine aktiven Reprints bekommt. Von daher, ähm, ja, schwierige Situation. Man muss natürlich erwähnen, diese Karte ist nicht nur, ähm, ja, in aktiven Feuerdecks, wie zum Beispiel Fire King oder ähnliches. Oder, äh, oder zum Beispiel auch Rescue Ace zu spielen. Nein, man kann natürlich auch in anderen Decks streamen, die auf Level 1 basieren, wie zum Beispiel eben in Phenobel Knight. Da hat man es auch gespielt. Klar, Isolde wurde gehittet. Das Deck ist immer noch spielbar, dennoch. Und, ja, das heißt, diese Karte wird auch in Zukunft nicht nur eben für die typischen Decks benutzt, sondern eben auch andere Decks benutzt werden. Klar, muss man dafür ein gutes Kleingeld haben, um das eben zu holen. Aber wir sehen hier schon ein Muster. Diese Karte ist erstmal ein Three-Off. Das bedeutet, also, hier ist es dann eben nicht mehr so, dass du sagst, ja, ich kaufe eine Karte, fertig. Nein, du musst drei davon kaufen. Also, wir haben hier dann doch schon unsere 300 Euro, die voll sind. Und man muss aber sagen, dass sie eben nicht in jedem Deck gespielt wird. Kannst du auch noch andere Decks spielen, die eben ohne diese Ingen zurückgreifen. Klar, muss man gucken, wie sich die Mitte entwickeln. Vielleicht wird es abhängig und unabdingbar, dass man diese Ingen spielt. Aber generell kann man sagen, man kann momentan das eben noch ein bisschen dodgen, indem man sagt, okay, ich spiele dann halt die Decks nicht, die sie gerade spielen sollen. Klar, es ist eine Einschränkung in der Deckwahl, aber man kann es irgendwie noch ein bisschen umgehen. Aber sind wir mal ehrlich, es sind halt doch mit, ja, die Top-Decks, die diese Karte auf jeden Fall spielen. Heißt aber, ja, die Decks werden generell teurer. Ist halt sehr ironisch, gerade mit der Relative Collection, dass wir eben wirklich etwas haben, womit alle Decks billiger geworden sind. Und jetzt eben wieder alle Karten steigen. Aber ich habe es ja schon erklärt, es hat eben vor allem damit was zu tun, dass eben, ja, diese Sets so spät rausgekommen sind. Wenn es jetzt letztes Set des Jahres ein schlechtes Set gewesen wäre, kaum Staples, kaum gute Ingens, dann hätten wir nicht so eine Preisentwicklung. Weil wir dann halt natürlich erst, in Anführungszeichen, zur, ja, zur YCS-Zeit ein neues Set bekommen und die Preise dann zwar auch explodieren. Aber YCS-Entwicklung ist immer was anderes, weil da steigt man zur YCS, droppt dann mal zur YCS, weil Leute Karten kaufen, wieder verkaufen. Und dann haben wir eine Schwankung im Markt und wenn man Glück hat, kann man da immer einen Schnapper holen. Das ist jetzt eben nicht der Fall. Die Karte wird eher eben nicht sinken. Und dann kommen wir noch zu einer Karte, die wir da reden wollen, und zwar, ähm, Horus. Und da muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wir haben so 60 Euro. Klar, es ist eine Secret Rare, das außer Frage. Aber die Horus-Engine ist jetzt nicht so, dass sie einfach in jedes Deck gespammt werden kann. Und dann, klar muss man sagen, man sieht es auch ein bisschen, eine Banlist ist gekommen. Und, äh, ja, Horus ist spielbar geworden. Und Horus und Horus verstehen sich sehr gut. Dementsprechend ist natürlich jetzt hier der Peak auf jeden Fall zu verstehen. Denn, ja, natürlich, die Horus-Engine passt perfekt eben, wie gesagt, mit der Engine zusammen mit Horus. Von daher kann man das ein bisschen verstehen, aber Horus wird aus meiner Sicht nicht das Tier-Null-Deck werden. Es wird ein Deck sein, was auf jeden Fall eine Chance hat, auf jeden Fall einen oder anderen Top zu holen. Das definitiv, aber eben nicht jetzt so der heiße Favorit. Genauso natürlich Tier-Elements. Tier-Elements hat natürlich jetzt auch aufgrund der Banlist ordentlich Hits bekommen. Man sieht aber, der Orkus-Hype ist höher als der Buffer für eben dann Tier-Elements. Dementsprechend sehen wir hier, die Karte ist auch am steigen. Das ist unglaublich teuer. Finde ich aber sehr interessant, weil diese Karte muss man wirklich nicht spielen, um ein Top-Tier-Deck zu spielen. Klar, man merkt schon langsam, ohne Horus-Engine und ohne dann Black Witch ETC und gesucht, ja, okay, so langsam kriegen wir Einschränkungen. Und ohne SB Little Knight geht das sowieso nicht. Also wir haben hier schon sehr große Abhängigkeiten und wir haben dann nicht mehr viele Decks übrig, die wir eben auswählen können. Man könnte zum Beispiel Unchained spielen, aber auch hier SB Little Knight ist auf jeden Fall ein Muss. Und je nachdem, wie du spielst, gibt es auch noch teurere Karten natürlich. Aber wir sehen einfach, es ist auf jeden Fall interessant, dass diese Karte so teuer geworden ist, weil sie ist halt eben nicht im Gegenteck spielbar. Sie ist sehr speziell, klar, mit Abwurf-Mechaniken passt das natürlich sehr gut, aber generell halt, ja, nicht überall drin spielbar. Ja, so, ja, was kann man abschließend sagen, worauf möchte ich eigentlich hinausgehen? Ja, ich wollte einfach mal erklären, warum die Preisentwicklung so ist. Wie gesagt, natürlich sind es extrem spielstarke Karten, aber wir haben in Vergangenheit oft spielstarke Karten gehabt, die nicht die 100 Euro gehittet haben. Wie gesagt, es hat ein bisschen was mit dem Muster zu tun. Wie gesagt, keine Turniere tragen auf jeden Fall dazu bei, weil, wie gesagt, die Karten werden eher gehalten statt verkauft, weil die Leute sagen, ja gut, die nächste YCS kommt vielleicht im März oder so, da brauche ich eine Little Knight immer noch oder so. Bedeutet also, die Karte wird behalten statt verkauft und dann ist die Nachfrage natürlich trotzdem da. Regional Season beginnt jetzt auch, bedeutet also, Leute wollen für Regional natürlich eine Little Knight haben, weil, ja, ohne ist man natürlich schlechter dran und so weiter. Dementsprechend wird das Ganze steigen und wie gesagt, der Reprint, der nächste ist ersichtlich, ja, wie gesagt, erst im August oder ähnliches. Das heißt, die Karte wird eben noch weiter steigen, die Leute regulieren auch darauf, heißt, behalten sie, wenn sie eine haben, behalten sie sie. Bedeutet also, die Preise werden steigen und ja, Leute, wir müssen einsehen, dass die Meta jetzt wieder, ja, Gravity Collection war cool, definitiv, aber jetzt haben wir wieder einige Karten, die teuer sind. Ich weiß jetzt schon, alle werden sich freuen auf die Reprint-Welle eben von eben den genannten Karten. Die Frage ist natürlich nur, sind die dann noch Meta? Klar, ne, SB Little Knight wird dann immer noch gut sein, wie gesagt, außer Frage, ist einfach eine super gute Karte. Aber, zum Beispiel, der Bellstar Engine, wird die dann noch gut sein? Man wird es sehen, ne, keiner weiß, was dann Meta sein wird, was die Bandlist tun wird oder so. Vielleicht hittet Bandlist ja auch da irgendwie was, man weiß es ja nicht. Aber man wird auf jeden Fall sehen, man kann auf jeden Fall sagen, Preise sind krass, krasser denn je. Es war lange her, dass so viele Karten wieder über 100 Euro gehen. Eine 100-Euro-Karte, Baroness oder so hatten wir, hat man mal. Aber jetzt gerade, dass wieder so viele Karten so teuer sind, ist doch schon ein langes Hochpeak, muss man sagen. Wie gesagt, je nach Deck muss man nicht drei Kopien spielen, aber es ändert nichts, dass die Karten unglaublich teuer sind. Dafür muss man sagen, ein kleines Trostpflasterchen, dass die anderen Karten dafür im Schnitt eben billiger geworden sind. Auf jeden Fall Staples eben wie Handraps oder ähnliches. Ja, von Trost wollen wir jetzt nicht reden. Ja, Leute, was sagt ihr? Findet ihr es verständlich, wie es ist oder sagt ihr euch, ne, geht gar nicht? Eigentlich müssten wir schon längst ein Reprint haben. Oder einfach mal, statt diese krassen Karten in Secret Rare zu printen, einfach mal ein Ultraware printen. Klar, Ultraware wird die Karten trotzdem mal 50 Euro gehen, aber eben gerne 100 Euro. Naja, was haltet ihr von der ganzen Thematik? Schreibt es mal unten in die Kommentare und ich würde sagen, das war es von mir und bis bald! Z‧ 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 Z‧